Hi alle zusammen, heute geht es wieder einmal um Dragon Ball, wir zeichnen Son Gohan. Wie bei Trunks machen wir hier keine Fortskizze, sondern legen gleich mit dem Gesicht los. Wir zeichnen Son Gohan, nachdem er vom Kaioshin trainiert wurde, deswegen dieser böse Blick. Er soll kampfbereit stehen, dazu zeichnen wir seine rechte Hand, die sich nach hinten streckt. Und seine linke Hand bildet eine Faust. Auf unserem Bild passt in seinem Oberkörper zweimal sein Kopf rein. Sein rechtes Bein geht stark in die Knie. Sein linkes ebenfalls, aber nicht so steil. Und von vorne sieht man, dass es etwas gestreckter ist. So, die Einzelheiten sind fertig und wir können die Linien nun nachfahren. So, die Einzelheiten sind fertig und wir können die Linien nun nachfahren. So, 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 die Linien 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 nachfahren. Also, wenn ihr noch irgendwas auf der Seele habt, vielleicht irgendwas zum aktuellen Manga-Kurs oder andere Fragen oder Ideen, die ihr loswerden möchtet, dann schreibt das in die Kommentare. Bitte vermeidet irgendwelche Zeichenvorschläge, ich möchte mal ausnahmsweise wirklich eure anderen Wünsche hören, die nichts damit zu tun haben, was ich zeichnen soll. Wie dem auch sei, wir kolorieren das Ganze noch mit den Copic-Chao-Markern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und fertig ist Son Gohan. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Eure Comic-Welt. 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 Vielen Dank.